Grüß euch, ich bin der David von der Firma Schwarzmaier. Ich bin zuständig für den Mietpack. Durch das, dass das Mieten immer mehrer wird und mehr von den Leuten angenommen wird, stellen sie mir da jetzt ein Gräser auf. Bei uns geht es Mieten vom Traktor. Bodenbearbeitungstechnik von Nembken. Krone Erntetechnik. Transporttechnik. Fütterungstechnik. Külletechnik. Teleskop-, Raut- und Hofladertechnik. Erdmultentechnik von Schwarzmüller, Brunard und Fliegl.